es ist ziemlich interessant dass der helikopter schießt ja vielleicht irgendein level 3 spieler an der feierwache ich glaube nicht der ist so ein jogginganzug und so ich habe dieses russen outfit an mit dieser russen mütze das ist sogar ein bandit outfit ja perfekt jetzt müsste ich eigentlich gleich level 2 werden bist du das ja ich höre dich schon die ganze zeit und dachte erst mal weg laufen naja der wird bestimmt hier wieder sparen hatte da noch ak magazine dabei 1 kannst du mir das geht aber du hast ja wie viel hast du 1 ich habe jetzt zwei ich kann es dir gerne geben das magazin das er hat ist ja gar nichts das war ja witzig ich bin ich habe ich habe ihn quasi umgerannt also da stand nicht mal meter vor ihm habe es nicht geahnt ich habe es echt nicht geahnt ihr habt ihr wirklich umgerannt so zu sagen und erst ich habe dir schmerzmittel gegeben und er hat mir auch nicht auf mich geschossen oder so dann habe ich nur gewartet bis er stehen geblieben ist ab wann werde ich dann level 2 5000 habe ich schon 5200 90 1500 schon eher möglich warum gehen die zombies alle in die kneipe in diese ich denke wollte da wer drin ist willst du ihn dir oder soll ich ich guck schon ne die gehen durch das soll wer durch gerannt vielleicht was ich nicht kommen auch mal zur eckkneipe wollen wir sonst zum untergrundlabor ja wirklich das ist eine gute idee um irgendwelche schnellen waffen zu finden ja ja schnelle reichweite waffen ja mit ak geht ja easy going ja ja ich brauche auf jeden fall aber erst mal einen rucksack also ohne rucksack finden wir das obwohl das nix ja stimmt dann kriegt man ja gar nicht mehr ja guck doch hier in den sozialbauten da gibt es doch ja mache ich auch erstmal supermarkt in den sozialbauten supermarkt gucke ich für dich und dann kannst du direkt weiter ok alles klar achten ja der heli kommt wieder ne boah er fliegt diesmal glaube ich weiter er hat auch nicht auf mich geschossen sondern er hat nur auf den typen geschossen ich glaube die wollen hero werden also du bist eher gefährdet aber wenn man mit fahrzeug wehen tötet bringt das nichts ja versuch denen das mal zu erklären wenn die auf dich schießen oder die schießen wirklich auf nur auf bandit level zwei oder drei oder so oh hier wird geschossen dmr ist hier ernsthaft ja das der wurde mit einer dmr getötet das war ein schuss das war eine dmr schuss ja von lucky mhm da wo der heli ungefähr hobert aus dem wald richtung nordwest glaube ich oder aber ein schuss das ist heftig oder bei den steinen bei der mine ist das ich gehe mal ganz nach oben und guck durch die fenster ein bisschen ob ich erzähle ich gehe mal zur steinmine in den wald ja ja das ist äh richtung feuerstfall ne 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 das ist richtung tabianerhoof tabianerzoo ne ja 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 hab ich auch gehört ja der hat bestimmt gerade wo bist du jetzt? ich bin gleich vor der kirche dann wo da hin wo die schüsse herkommen ja ich lauf da auch grad hin das könnte der gewesen sein der durch die eckkneipe oder so durch ist ja der helikopter gehört garantiert zu nehmen ja deswegen müssen wir auch aufgeteilt bleiben glaube ich damit sie nicht beide von uns reporten können jo ich bin jetzt bei einem eckhaus scheiße helikopter ich fühl mich hier wie auf ne demo ja lucky m24 was geht knaggo da sind die vielleicht ne mission ne das die bringen sich hier gegenseitig um ah ich weiß der schießt hinten bei dem wo der little bird spawnt ungefähr ähm übrigens das ich weiß wo das camping von knaggo und phantom und so ist ne ok das ist doch da unten das ist doch da? ja die haben drei häuser nebeneinander stehen ich könnte mir vorstellen dass die vielleicht auf diesen türmen sind die beiden mit der m24 und dem er ey da sind sie da fallert er auch auf diese rauchwolke wo bist du jetzt? ich bin bei den sozialbauten hinten ganz hinten bei little bird spawnpunkt sozusagen bei einem roten wurde gerade rauf geschossen also einer blutet liegen liegt auf dem turm oben also da auf welchem? auf einem bei den little bird auf den linken oh der schießt noch woanders hin auf dem boden oder so schießt der hin ja wieso schießt der auf den scheiß boden? weil da einer ist ich lauf da mal hin ja die sind hier wo der little bird spawnt definitiv ich bin ja nicht ganz so nah ran eigentlich ich bin da ich bin in dem gebäude drin oben auch hingerannt hm das ist doch kein npc shopper oder? nein er schießt doch wieder ich glaub auf mich diesmal nein auf den turm gucken wir mal die wiese an wo er hingeschossen hat komm wieder raus in dem gebäude ist nichts da einer ist auf dem turm da geh ich ja aber da liegt das das der liegt blutend da ja dann liegt die tue gar nicht hoch also ich glaub der ist ich glaub der ist schon tot oder? der helikopter landet oder? nee der landet nicht dann ist da hinten im wald einer deswegen geht er da bestimmt hin ja ja ich steh ja ich seh ihn im wald ich seh ihn im wald ich seh ihn im wald du gehst wo? das bist nicht du ne? nein nein ich bin beim gebäude ganz klar süden wenn du in der ecke bist beim turm also ganz klar süden steht er einfach mitten im wald gehockt langsam gehend den siehst den? ja schießt du schon? nein Joni Mann er hat mich schon gesehen er hätte mich gesehen wo ist er denn jetzt? Joni ernsthaft genau wo ich hingucke ja er hatte mich gesehen was wollte ich machen ist er weggerannt oder? nein er steht da hinter den bäumen siehst du mich? ich guck Adelauge drauf ja ich müsste da nämlich auch in der nähe sein ich hab ihn aus den augen verloren wow im wald? ja im wald wem her? hab ich ihn getroffen? ach ich seh ihn ja das ist ein ghillie typ ne? ja ja was hat er für ne waffe ich hab ihn ich hab ihn also du hast ihn aber ja ich hol ihn mir schnell ne ich bin schon da ich bin schon da Joni ich auch ich brauch seinen Rucksack wer hat denn da geschossen jetzt? weiß ich nicht ich glaub der Heli wieder kannst du den Rucksack ruhig haben ich brauch die schnell ausräumen ey schnell ausräumen ey so den Rest lass ich erstmal liegen ja oh gehts hier bei uns gleich ja ich sehs alter was geht wie geil dass der Heli uns unterstützt ja ja was meinst du? ach der ist da drinnen der ist beim Turm ich glaub der will zu seiner Leiche ja das ist ein Bandit der läuft da wo läuft der? der gerade hinter der Wand man sieht den nicht aber ich glaub der geht da gleich die Treppe hoch also könnte ich mir sehr gut vorstellen dann ist er tot das ist gut ja oder der hat uns gesehen du hältst ein Auge jetzt drauf vorher und ich geh rein ja ich hab bin beim linken beim linken oder rechten Turm ich weiß es nicht er geht grad die Treppe hoch er geht die Treppe hoch nein irgendwas hat mich erwischt irgendwas hat mich erwischt alter der schießt hier voll auf die Ecke oder was ja das ist der Heli oder? ich glaube der Heli hat mich erwischt hm gebrochene Beine und Blute du wusstlos? ja ja gebrochene Beine und Blute ich komm zu dir ich bin vor der Mauer direkt ja ich hab ihn noch gekriegt der zog ich mir schnell seine Leiche ich hab der hatte nichts dabei ne also ne aber der da oben hat die DMR gehabt ne das war gar nicht Lucky das war grob egal ja das ist ja egal wo bist du genau vor der ach da ich glaube du solltest mich noch nicht jetzt noch mitzünden ich verbinde dich zumindest hm mehr Morphium geben dann lass schnell weg hier jetzt lass schnell weg ich hab kein Morphium ok ja lass wirklich weg kommst du gleich zu Bewusstsein oder Hälfte ist rum Heli kommt wieder er ist abgestürzt er ist gegen den Turm geflogen oh wie gut ist das denn nein was geht denn der Heli ist weggepackt jetzt mit nächst ab nächstem Restart einfach auf dem auf dem Platz gucken alter kann seine Leiche hier nicht finden idiot ey hahaha wie gut ey Krieg gewonnen hehehe eindeutig würdest du mir ganz schnell noch blood pack geben und dann weg hier lass mal wollen wir nicht erst weg oder ich seh nix ja das aber hast du aber auch nen blood pack verschleiß ne ologie oh Untertitelung des ZDF, 2020